hallo und herzlich willkommen zurück bei suh spielt ich bin's wieder euer suhl und wir sind wieder in der applied energistics 2 tutorial serie von mir und wir sind in teil 6 gelandet und jetzt geht es endlich um die kanäle so das sind keine wasserstraßen sondern eine geschichte vom mod und man kann nicht über kanäle reden wenn man nicht mindestens eine gerätschaft hat und das ist der me controller so das drafting rezept schauen wir uns mal hier im detail an in der mitte konstruktionsprozessor den können wir irgendwo da hinten hatten wir ein kapitel wo es um die prozessoren geht wir brauchen reiner fluix kristall können wir auch das ist die geschichte mit dem hier mit dem tümpel und den wachstumsbeschleunigern und so weiter und dann haben wir jetzt hier noch was neues und das ist himmelsteinblock und da habe ich jetzt in der in der folge wo es hier um den meteoritenkompass geht vergessen zu sagen wenn ihr die diese blaupausen sucht mit dem meteoriten wo auf der suche nach der himmelstein kiste das teil hieß nehmt mindestens vier himmelssteine mit zurück weil das sind genau diese vier die wir hier brauchen nicht ganz die müssen noch einmal in den ofen geworfen werden dann wird aus himmelstein ein himmelsteinblock und diese vier benötigen wir hier ihr werdet die wahrscheinlich sowieso haben wenn diese nicht gerade weggeschmissen habt auf der suche nach der nach der meteoritenkiste da dann habt ihr wahrscheinlich sowieso welche mitgebracht und was ich auch vergessen hatte zu erwähnen diese himmels wie heißen die teile richtig himmels stein brauchen natürlich etwas also die haben die gleiche stufe wie obsidian ihr braucht also vermutlich eine diamanten spitzhack um die abbauen zu können und es dauert wirklich ewigkeiten die abzubauen also vier stück werden gebraucht wenn man dann das ganze zusammengecraftet hat kommt der m e controller raus so was ist eigentlich dieses m e von dem der sull da die ganze zeit erzählt m e steht für meta energy oder auf deutsch materie energie und ja beschreibt so ein bisschen den charakter von pleite energie sticks es wird sowohl mit energie gearbeitet transferiert als auch mit materie also mit 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 dingen mit sachen und beides läuft über diese kabel die wir in der letzten folge kennengelernt haben und da sagte ich ganz am ende schon noch das dicke kabel kann 32 kanäle alle anderen können acht kanäle so um jetzt aber endlich mal die kanäle zu zeigen ja hier haben eine energiezelle weil wir brauchen jetzt mal gerade energie und wir schließen den controller an bzw der controller ist dass der mittelpunkt von allem also der mittelpunkt von eurem kompletten pleite energis tix m e netzwerk ist der controller von dem geht alles aus alles was nicht an diesem controller angeschlossen ist ist nicht verwendbar ausnahme sind hier diese vier wachstums gedöns dinger weil die brauchen einfach nur energie und nichts weiter und energie können unsere kabel auch so transferieren aber der controller ist das herzstück und man kann auch mehrere controller mehrere controller benutzen aneinander hängen die bilden dann hier auch so ein komisches also die verbinden sich irgendwie ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wie viele man maximal haben kann und ich glaube sie müssen innerhalb von sieben mal sieben block sich befinden wenn ich das irgendwo mal richtig gelesen habe mit einem controller kommt man schon relativ weit denn jede seite des controllers kann 32 kanäle bedienen ok wozu brauchen wir jetzt eigentlich diese kanäle beispiel wir nehmen hier unser kabel und ich stehe jetzt einfach mal exemplarisch für irgendein gerät ein m für irgendeinen langsame pleite energis tix gerät hier dieses laufwerk hin das kommt in einer späteren folge auch noch naja ich würde ich gerade das laufwerk ist vielleicht ein nicht so tolles beispiel weil man da nicht so wirklich gut sieht ob es angeschlossen ist doch ich muss nur noch eben eine kleinigkeit besorgen so also es hat ein grünes licht es ist verbunden mit dem controller deswegen funktioniert das nehme ich die verbindung raus ist es weg so jetzt machen wir mal weitere laufwerke hin dann brauche ich doch wohl noch mal ein paar mehr von diesen teilen so funktioniert funktioniert 1,2,4,5,6,7,8,9 funktioniert funktioniert jetzt schauen wir uns noch ein funktioniert nicht mehr wird nicht grün warum weil dieses kabel nur acht kanäle bedienen kann jedes gerät braucht einen kanal 1,2,3,4,5,6,7 das ist das achte gerät hier der neunte will nicht mehr so was kann man machen naja ähm wir könnten einfach ein weitere einen weiteren zweig aufmachen und es da hinstellen und dann funktioniert es das hat keine auswirkung auf diese acht hier die acht hängen an dem kabel hier an dem kabel haben wir acht weitere kanäle zur verfügung das laufwerk benutzt jetzt einen davon so warum sagte ich dann in einer anderen folge probiert die schlauen kabel zu nehmen weil die schlauen kabel uns genau das anzeigen wie viele kanäle sind benutzt hier sieht man es jetzt ganz deutlich aber man sieht es auch oben im tooltip acht von acht kanälen eins von acht kanälen und hier sieht man auch nur eine dünne linie schließe ich noch ein gerät an zwei linien noch ein gerät drei vier irgendwann kommt die fünfte dazu das sind dann die hellen linien und so sieht es aus wenn alle acht kanäle in benutzung sind so wieder zurück nur ein kanal in benutzung so dann haben wir das dichte kabel kennengelernt zeigt auch die kanäle an 8 von 32 hier werden glaube ich vier kanäle oder so mit einem strich dargestellt deswegen sind das jetzt hier ein bisschen wenig aber was wir jetzt natürlich wieder machen könnten ist wir stellen mal hier hinten wieder das drive in und gucken mal ob es funktioniert nein warum nicht die stehen jetzt alle hier direkt aneinander das funktioniert also geräte die direkt aneinander stehen genauso wie hier die ja die da wird der kanal quasi durchgeschliffen also durchgereicht aber so ein gerät funkt fungiert wie ein kabel was acht kanäle hat deswegen klappt das jetzt hier immer noch nicht weil hier hinten quasi ja wieder das achte gerät steht und das gerät hier vorne kann nicht mehr als acht kanäle durch lassen weil es wie wie ein kabel mit acht kanälen funktioniert so wie kriegen wir jetzt das neunte da hinten jetzt in betrieb in der konstruktion eigentlich gar nicht wenn wir jetzt hier mal eins exemplarisch rausnehmen und wir hauen mal so ein so ein schlaues kabel rein dann sehen wir jetzt hier fünf von acht kanälen eins zwei drei vier fünf hier haben wir drei hier sind wieder acht von 32 in benutzung drei plus diese fünf sind acht ob die sonne geht unter stelle ich hier hinten wiederum eins hin und du einen nicht vorhandenen schwein so funktioniert nicht weil zwar nicht dieses kabel hier überlastet ist aber die drei gerät hier vorne wieder möchte man wirklich so viele dinger jetzt hier irgendwie in reihe schalten müsste man zum beispiel das dichte kabel hier weiterziehen das ist aber halt sehr teuer und dann kann ich hier eigentlich so viel dranhängen wie ich will funktioniert hier vorne also hier hinten am controller sind zehn von 32 in benutzung und je weiter wir rüber gehen umso weniger fünf vier drei eins in benutzung so was könnten wir denn noch zu den kanälen erzählen genau wir hatten das schlaue kabel und hier das das normale kabel funktioniert wie ein kabel was acht kanäle hat jetzt sind hier zwei angegangen wir haben das verdeckte kabel was auch wie ein wie ein achterkabel funktioniert jetzt geht hier ein kanal durch hier kommt quasi der zweite hinzu das sind zwei und hier noch das dritte gerät dazu man sieht es hier drei kabel benutzung an der stelle sind zwei zwei fasern an hier eine also man sieht mit den schlauen kabeln immer wirklich sehr gut was da gerade passiert so das wäre eigentlich auch schon mal für den anfang alles was ich zum thema kanäle zu sagen habe wie gesagt jedes gerät und dazu zählen solche gerät hier zum beispiel dazu zählen aber auch displays die wir noch sehen werden busgeräte es gibt import export busse sehen wir noch später interfaces die mit anderen geräten interagieren alles belegt immer einen kanal man muss dann schon ein bisschen planen wo man sein controller hinsetzen wie man diese kanäle verbaut wir haben auch hier weiterhin die möglichkeit wieder auf unsere die kabel anker zum beispiel zurückzugreifen könnten jetzt mal schauen was hier passiert wenn wir jetzt hier das schlaue kabel anklagen und hier noch ein drive hinstellen da hätte das da hätte das system jetzt zwei möglichkeiten für welchen weg entscheidet es sich für den unteren es hat hier diese verbindung gewählt weil er die da oben warum auch immer nicht so toll findet wenn wir das drive hier oben drauf stellen muss er natürlich diesen weg gehen weil es hier keine verbindung zu dem unteren kabel geht versuchte es am anfang ein bisschen zu planen wo ihr diesen controller hinstellt und wie ihr also was ihr quasi wo anschließen möchtet üblicherweise hat man weiß ich an eine seite habe ich zum beispiel oft ein strang wo später das auto crafting passiert dann habe ich ein strang wo zum beispiel hier diese laufwerke dranhängen oder oder meine meine terminals um zu gucken was im system los ist dann gibt es vielleicht einen strang der zu irgendwelchen maschinen geht vielleicht noch nach nach mods getrennt also ein strang der irgendwie in die thermal expansion werkstatt geht oder in die endo werkstatt um da mit den maschinen zu interagieren dann ein strang geht locker bei drauf für die ganze geschichte um prozessoren und kristalle und sowas automatisiert herzustellen also es geht schon relativ schnell werden schon relativ schnell einige kanäle benötigt ihr werdet da auch ja am anfang vielleicht mit den fluix kabeln einiges spielen müssen am anfang sieht das dann vielleicht eher so aus dass ihr da in verschiedene richtungen diese fluix kabel dran habt und da vielleicht dann auch doch häufig noch mit den kabel ankern arbeiten müssen weil weil ihr dann doch vielleicht mehr als acht kanäle in einem aufs in einem raum braucht und ja wie kriegt ihr jetzt hier zwei zwei kabel rüber in einem raum das geht eigentlich nur wenn es mit den kabel ankern getrennt ist und da steckt dann halt ein bisschen bisschen hirn schmalz drin wie man das hier macht mit den mit der kanal aufteilung genau so das wäre das thema kanäle mal schauen in der nächsten folge wird das sicherlich ich vermute mal richtung vielleicht bussysteme oder dem speicher gehen mal schauen würde mich freuen wenn ihr dann aber auch wieder rein schaltet um ja dann zu den wirklich spannenden sachen von der pleite energis tix zu kommen nämlich gerade hier diese geschichte mit dem laufwerk zum beispiel bis dahin vielen dank fürs zuschauen euer sol